So, jetzt reicht's. Volle Konzentration ohne Ablenkung. Hey, was geht, Bro? Du hast doch bestimmt Hunger. Öffne mich und schau sinnlos in mich rein, so wie jedes Mal. Nein, ich lerne jetzt. Ich hab keinen Hunger. Oh, was für Lernen. Leg dich lieber ins Bett und schau deine Serie. Wer braucht schon Lernen? Nein, jetzt wird gelernt. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. She was big and strong and his size of flaming glow. Schau dir lieber coole Videos an, dann kannst du besser lernen. Konzentrier dich jetzt. Konzentration. Die ganze Zeit am rumchillen. Lern jetzt mal was. Ich hab keinen Bock mehr. Ich brauch eine Pause.